Sie hassen Ihre Kinder? Ich? Ja, ich hasse mein Kind. Wieso? Ihnen reichen Herzchenbrotdosen, Hosenträger und peinliche Namen als Bestrafung nicht? Nein, das ignoriert der Junge schon seit Langem. Zerstören Sie das Leben Ihrer Mistblagen auf Langzeit. Mit KinderDSDS. KinderDSDS kann das soziale Umfeld Ihrer Kinder innerhalb kürzester Zeit zerstören. Ein völlig neues Publikum. Anders als das normale DSDS, was sich ja an frühpuppertäre Bravo-Leser richtet, sprechen wir vor allem den älteren, alleinstehenden Herren mit pädophilen Neigungen an. Keine Qualifikation notwendig. Ihr Kind muss nicht sprechen können. Wir untertiteln es gerne falsch. Und sollte Ihr Kind noch keine Sexualität haben, wählen wir gerne eine dramaturgisch passende aus. Und singen? Einzig und allein laufen sollte es können, denn wer nicht laufen kann, kann auch nicht zusammenbrechen. Melden Sie Ihr Kind jetzt an. Können Sie es nicht abholen? Ich möchte mit dem Jungen nicht reden. Klar. Selbst wenn wir nicht genügend Teilnehmer finden, haben wir da noch 60.000 Kinder aus Uganda in der Hinterhand, die wahrscheinlich demnächst frei werden. KinderDSDS. Demnächst. Das klingt gut.